...4 zu 6 und 5 zu 7 gegen die so ungespielende Weltgerin Elisabeth. Die größte Verwältung dagegen die Frau Maria, die Mutter zweier Töchter in der Runde der 4.16, auch dank ihres ehemalschen Trainers, rechten wird. Die große hatte ich in der Selbstvertrauen, so liebte ich nicht mehr. Auch die Wettbewerbs, die 5. Maria Sakkari, lässt sich von den stark unterschnittenen Bällen der 34-jährigen Deutschen regelrecht den Zahn ziehen.